hallo ihr lieben leute und herzlich willkommen zu einem neuen video heute geht es wieder um den klein und heute werden wir da künstlich jemand wir haben jetzt hier zaun rum überall zaun auch da beim fahrrad halt und mit dem das merkt er ich hab wohl ein leckerchen raus bei die sitz bei die sitz bei die sitz bleib da geht es aber schon da geht es aber schon weiter kommen wir hier bleib und hier Hierher. Das geht rein. Hab keine mehr. Hab keine mehr. Das gehen wir jetzt rein. Komm. Hadi. Komm. Hier riecht es ja auch schon. Da kommt er hochgekraxelt. So. Jetzt zieh. Jetzt trinkt er erstmal wieder was. Das werde ich auch gleich machen. Und ja. Ich werde mir jetzt nochmal kurz Fleckchen holen. Und ja. Ich werde dann halt noch ein paar. Ich muss jetzt euch kurz wegnehmen. Sorry wenn es so bunt ist. Es ist eine Zeitung. Ja ne. Hadi. Da kommt es schon. Oh jetzt. Das geht weg. 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 fertig. Tochen. tubes. Sprit. Şey ist. Und ja, Buddy! Buddy, Sitz! Jetzt gehst du erstmal ans Körbchen ran und dann der Halbplatz. Bleib! Buddy, hierher! Fein! Ja, ich werde jetzt auch noch ein paar andere Tricks machen, wie zum Beispiel Sitz. Fein! Für die Platz. Fein! Feiner Junge! Ich habe noch eine Jeanshose an, weil ich eben von der Schüttel gekommen bin. Das wird heute erst nur 5 Minuten dauern, keine Sorge. Wie willst du das haben, ne? Ich habe hier nämlich so welche Brocken. Au! Ist das ein Leckerchen? Nein. Hast du fein gemacht? Ja. Das war's auch gleich schon. Guck mal. Jetzt bekommt er noch zwei Leckerchen für einen guten Teil. Heili bleib! Jetzt sitzt er da hinten. Buddy, Sitz! Buddy, Sitz! Buddy, Sitz! Platz! Platz! Buddy, Sitz! Sitz! Buddy, Sitz! Buddy, Sitz! Und ja. Das beende ich sogar schon. Buddy haut sogar schon ab. Und denkt sich, what the fuck? Warum sind meine restlichen Leckerchen? Ne? Das Kissen, was da drinnen war, ist jetzt da unterm Tisch. Ja. Und da hat ein Buddy. Er wünscht euch, glaube ich, auch schönes Wochenende. Und viel Spaß noch. Ja. Auf Buddy!